Musik Das sind zum Beispiel die ganzen Haas in Wien. Uni Brems! Der katholische Familienverband, der hat ja schon eine Protestseite eingerichtet, nämlich Familienprotests.org. Die österreichische Plattform für Alleinerziehende. Die GbA der ÖP Die GbA der ÖP Jugend SS-Mitmensch, E-Media, Integrationshaus, wir machen uns stark Die Ankarnikatz, Attac und der ÖGB Die Fundus-Jugendvertretung, der EDE, die österreichische Gewerkschaftsjugend, die BIDA, die BIDA Jugend, die SJ, das Juridikum, die Zeitung für Kritik, Rechtsgesellschaft, die Pfadbinder und Pfadbinderinnen Österreichs Und auch die ProGE unterstützt uns heute Ich glaube, wir haben heute ein sehr klares Zeichen gesetzt und diese Regierung hat mit Widerstand zu rechnen Wir geben uns nicht geschlagen mit diesem Budget Es gibt das nächste Plenum im Hörsaal 1 im NIC um 18 Uhr am 2. Oktober, das ist der Dienststab Aber das bedeutet nicht, dass wir noch Termine warten müssen, organisieren wir uns selber, vernetzen wir uns selber, bilden wir Banden und dülden wir Protestaktionen Ihr glaubt, die Regierung scheißt sich jetzt ziemlich an Das machen wir in den nächsten Wochen Das wird ein heißer Herbst und Winter werden Ich danke euch allen, dass ihr da wart Es ist so geil und wir müssen diesen Protest weiterführen Wir wissen nur, dass das einzige, was berechenbar ist, ist die Unberechenbarkeit der Bewegung Ich danke euch allen Ich danke euch allen Vielen Dank.